ja hallo hallo modellbau für anfänger was brauche ich denn alles wenn ich jetzt sage ich möchte was bauen was brauche ich denn dann alles und zwar natürlich erst mal modell je nachdem was ich mehr bauen möchte wobei ich da gerade am anfang zu raten würde doch auch wirklich was einfaches zu nehmen und selbst wenn ich was für sich was anderes übrigens bauen möchte doch erst mal was einfaches zu nehmen zu üben weil bevor ich etwas teures verkaufen für uns und was schwierig ist für uns und dann frustriert bin lieber mit etwas einfachen anfangen und dann ja sich daran arbeiten ist bei allem das beste so was brauche ich dann auf jeden fall zum beispiel farben was weiß ich eigentlich ich brauche meistens panzer so silber ist nie verkehrt so ein rostfarbe und schwarz kann man ja auch mehr brauchen genau so schwarz der ist nur ein gloss von schwarz als ich bin das glänzt also ein bisschen das bisschen doof normale schwarz wäre besser ein cutter messer wie gesagt damit aufpassen sich nicht in die finger schneiden gerade um die gerade zu entfernen oder irgendwas kann man das brauchen eine feile so was dann mal gekauft gibt es aber auch alle möglichen varianten von eine zange gerade um die sachen aus dem rahmen zu schneiden braucht man die pinzetten sowas irgendwas die teile sind ja meist recht klein von da brauche ich irgendwas es gibt pinzetten die haben ich weiß noch mal das hier sieht ja wie so kleine vertiefungen die ist noch mal ein tick besser weil die teile besser halten auch so eine pinzette die ich glaube die zum augenbrauen zu pfen die gab es ja in der ecke wo es die ganzen nagellack oder so gab die tut es auch also da brauchen wir jetzt nichts spezielles pinsel habe ich mir einfach mal so von damals sogar noch von revels und satz pinsel gekauft das tut es für den anfang auch es gibt viel feinere pinsel wobei bei mir gehen die immer ganz schnell kaputt von daher weiß nicht ob ich mir damit gefallen tue ähm so ein digler soft je nachdem was ich bauen möchte wenn ich jetzt sowas machen möchte so ein panzer mit einfach nur das balken kreuz hat brauche ich das nicht unbedingt wenn ich was größeres habe wie jetzt hier bei diesem flugzeug diese schwingen dann brauche ich sowas schon eher eine unterlage aber da tut so ein karton von den letzten von der letzten bestellung eigentlich auch da braucht man nichts besonderes weil die pizzakarton will ich jetzt vielleicht nicht nehmen weil der fettig ist und alles aber so ein normaler karton tut es auf jeden fall ähm eine lampe dass man da so ein bisschen gut sieht ein bisschen nicht ganz im dusch daran arbeiten muss und ansonsten ähm ich ganz gern noch so ein wash kann aber ein anderes sein ist egal ist einfach weil ich gerne wenn ich so ein maschinengewehre habe ähm den so dunklen ähm ich mache die mal silbern mache es dann mit dem wash schwarz dann sehen die halt so ein bisschen das glänzt doch so ein bisschen und dann trotzdem schwarz aus es gibt glaube ich auch die farbe gunmetal oder irgendwas aber ich mache das so das ja oder dann sagt je nachdem was machen möchte so ist zu erde vor allem wenn ich jetzt irgendwelche soldaten anmalen möchten möchte dass hier dass die was für sich so wie jetzt bei ihr hier auf dem boden stehen möchte dass das das jetzt dass das nicht so einfach nur der boden da ist ein bisschen grüner aussieht dann kann ich das damit mit sowas auch fest machen oder für die oder sowas da das ist der panze der trägte nicht mehr verwende um hier so zwischen die kette noch ein bisschen was zu kriegen ja sieht man sich da sieht man es vorne ist einfach noch ein bisschen matsch dran hängt an dem ding sowas kann man auch mal ganz gut brauchen so das war es jetzt wenn nichts gefallen hat gerne liken gerne abonnieren gerne bescheid sagen wenn es euch nicht gefallen hat auch gerne bescheid sagen anregung kritik immer gern genommen und wenn es euch wirklich nicht gefallen hat dann liked doch wenigstens irgendjemand anders da freuen sich die leute immer drüber bis dahin und tschüss